War ich zu schnell, Officer? Sie kommen nicht von hier, was? Nein, Sir. Irgendwelche Drogen konsumieren? Nein, Sir. Nein? Nein. Würden Sie den Kofferraum öffnen und dann aussteigen, bitte? Ernsthaft? Ja. Keine Drogen, ha? Nein. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Nein, 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 nein. Nein, das, das jubeln Sie mir unter. Tu ich das? Oder waren es nur Blumen? Äh, ich, äh... Hände aufs Auto. Sofort, los, Beine spreißen. Mal sehen. Wow, wow. Was haben wir denn hier? Was? Sind das deine Farben, Homie? Das, das ist nicht meins. Nein, 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 nein. Was, nein? Ich weiß nicht. Oder sind das deine Farben? Oder vielleicht sind das ja deine Farben. Oder diese. Sieh dir all die Farben an. Mann, du hast echt eine ganze Menge Farben. Sieh dir mal diese Farbenpracht an. Was ist das? Sind Sie ein echter Cop? Keine Bewegung, was ist das? Hm, was haben wir denn da? Sieht aus wie eine illegale Feuerwaffe. Oder? Doch nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tut mir leid. Ziehen Sie eine Karte. Die sind nicht mal gut gefächert. Irgendeine Karte, ganz egal von A. Okay, Sie haben eine Karte? Ja. Haben Sie sich die Karte gemerkt? Könnten Sie die Karte wiedererzählen? Das ist doch unglaublich. Könnten Sie die Karte... Könnten Sie die Karte... Sind Sie sicher? Ja. Bitte, stecken Sie die Karte wieder irgendwo zurück in den Stapel. Fertig. Und sie steckt nicht dort, wo sie schon vorher war? So. Sehr gut. Geht doch wunderbar. Lächerlich. Also, ich halte den Stapel einfach so. Dann kriegt er ein Fidibums und Abracadabra. The fuck? Was? Ist das Ihre Karte? Nein. Sind Sie sicher? Ich will Ihre Dienstnummer haben. Oh. 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 Was? Was ist? Oh. Meine Karte. Wie haben Sie das gemacht? Oh. Oh. Der ist für Sie. Äh. Nach all dem kriege ich einen Strafzettel? Ist es denn einer? Oder ist es ein 2 für 1 Coupon für meine grandiose Show im Magic House Donnerstag um 11 Uhr abends? Ihre Entscheidung. Ich nehme den Strafzettel. Okay. All I want, all I want. Ich nehme Caracu, ich nehme erlebere. Sebe ehe k Snyderじゃない aus. Ich nehme Denji, ja. Ich nehme den Strafzettel. Der anfäng Pacific estate. G nimble. Untertitelung des ZDF, 2020